Wenn einer, der Beruf versteht, wie Sonne schick auf Fische geht und auserzieht, es ist erbracht, dann fragt all, wie hast du das gemacht? Das Geheimnis heisst Vertrauen, auf unser Herr kannst bauen. Wenn einer sagt, lauf auf dem See, so möchte das heute wohl keiner mehr. Der Petrus, so wird's ja erzählt, hat's gewagt und nicht lang Fragen gestellt. Er hat sich gesagt, vertrauen, auf unser Herr kannst bauen. Wenn dir der Herr einen Auftrag gibt und es etwas ist, was dir nicht lebt, dann sag nicht, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, nein, dann gehst du gleich. Wenn du schliesslich weisst, vertrauen, auf unser Herr kannst bauen. Wenn du einmal richtig nicht mehr weisst und schwer an deine Sorgen treisst, wenn niemand hast, der helfen kann und auch kein Freund will zu dir stehen, dann geht's nur ein Vertrauen, auf unser Herr kannst bauen.